Die Textilindustrie verursacht ein Zehntel der weltweiten Treibhausgasemissionen und somit mehr als der internationale Flugverkehr und die Seeschifffahrt zusammen. Hinzu kommen der massenweise Einsatz gesundheitsschädlicher Chemikalien und die Umweltbelastung durch Mikroplastik. Hierfür sind besonders die Leder- und Kunstlederindustrie mitverantwortlich. Mit Lover leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Lösung dieser Probleme. Lover ist die weltweit einzige reststoffbasierte und plastikfreie Lederalternative. Es besteht aus Fasern, die beim Hanfanbau als Nebenprodukt anfallen. Wir setzen auf kurze Lieferketten und eine enge Zusammenarbeit mit der regionalen Landwirtschaft. So können wir Lover CO2-neutral herstellen. Mit Lover wollen wir den notwendigen radikalen Wandel in der Textilbranche anführen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unsere Produktion auf ein industrielles Niveau zu heben. Dann können aus Lover in Zukunft Portemonnaies, Rucksäcke und Autositzbezüge entstehen. Und weil es hierzu Partner braucht, sind wir auf der Suche nach Gleichgesinnten. Schließt euch unsere Mission an und werde Teil einer ganz neuen und grünen Industrie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020